Achtung Achtung jetzt wird's wieder heiß und fertig heute habe ich mal wieder eine nicht lachen challenge für euch am start freunde und mal gucken ob wir heute lachen müssen ich habe keine ahnung ich weiß der typ hier fliegt auf jeden fall auf die fresse wir gucken es uns aber trotzdem an let's go würde ich sagen ja das hat weh wie der da liegt ja war ganz ok schön unter die plane ist mir auch mal passiert das war meine badewanne war das eine badewanne was ist das mich wundert nix in amerika ehrlich gesagt kann man das noch mal sehen ich will jetzt nicht vorspulen war das eine badewanne oder was ist das also falls es eine badewanne war dann wundert mich nichts bei diesem material hier das ist doch keine ahnung dämmwolle oder so irgendwie sowas ich weiß nicht was das ist der hund kommt gar nicht klar das ist mir so ähnlich gestern passiert ich war lag im bett so handy noch so an in der hand und so und irgendwann so zack handy runter gefallen ja dementsprechend keine ahnung könnte mir auch passieren ok das wird mit der flasche sowas von schiefgehen schöner headshot freunde schöner headshot alter schwede und dann sieht das sieht schlimm aus na aber dem ist null passiert wahrscheinlich warum macht er sowas hat doch nicht so wie ich gedacht habe schön ins gesicht so dinger mag ich ja das sind die einfachen freunde einmal alles mitgenommen ich habe so viele fragen ich habe so viele fragen dazu die wollte schön net posen und dann sowas schön ins gesicht der die challenge schön verkackt eigentlich da war ein bisschen rutschig das war so klar das war so klar ich habe auch schon im pool geschlafen ist sowas nicht passiert und wenn ist man ja wach ne auch kein problem nein sagt wenn ich wieder gucken kann ich glaube ich kann wieder karte tut mir leid freund ich weiß nicht was ihr gesehen habt aber ich wollte es nicht sehen die fällt doch nicht die fällt doch nicht oh 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 Freunde tut er weh ja die katze kommt auch gar nicht klar was hat der hund vor das wird doch zusammen krachen oder okay okay ouch ouch oh Gott und der hund fällt runter auch schön kaputt gegangen tschüss katze tschüss katze tschüss 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 oh Gott ouch oh tschüss tat nicht wirklich weh aber direkt auf den Kopf ne oh okay der ist einmal schwimmen gegangen und der kleine läuft da noch hin was war das hier die katze wir runter und sie geht wieder doch nicht bis auf die couch war es noch ein guter move dann war vorbei aber schön mit in die box was war das wie ist er da reingefallen das ist irgendwie ganz komisch aus das gucken wir noch mal das war knapp und er fällt anstatt die da mal helfen schön mit dem gesicht zuerst in den schnee was hat er gedacht würde da passieren oh nein die zähne sind rausgekommen oh ja oh ja oh oh nein oh nein zum glück interessiert es den bullen einfach gar nicht das wäre auch eher so ich beim sport ok alle wurden erwischt dann auch auch nicht aber okay gut würde ich sagen die katze nimmt die tüte mit beste idee im schnee skateboard zu fahren oder wenn es so kalt ist und friert und so freunde es gibt scheinbar kein auto hier musste ihr lachen schreibt es mal gerne in die kommentare ich hatte glaube ich ein zwei lacher dabei wenn es euch gefallen hat lasten daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollten abo schaut auch gerne bei meinen anderen videos rein freunde und ansonsten wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen guten tag bis dahin hau da rein ciao